hallo meine freunde und willkommen zurück bei der nächsten aufnahmesession von let's play runs of magic mit eurem lp gamer steffen wir machen krepper weiter mit den nächsten quests so da lassen danke gut warum die ganzen quests hier wieder nicht eingeblendet ja das ist immer eine sache hier mit den quests sage ich euch gut wo muss ich hin da super wird die gewährlichen stecken laufen und so was mit dem anstände gut danach ja auch mal dass diese von uns wollen die schnecken hier in sich die stiege ich meine die Ich hoffe, die sind hier in der Gegend, dass ich nicht genau falsch rumlaufe. Und ja, ich hoffe, ihr merkt es dann in Videos. Ich habe nämlich etwas an der Grafik geschraubt und hochgedreht. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser und die Schrift lesbar. Wenn nicht, dann muss ich doch noch etwas machen an der Grafik. Aber ich hoffe, das geht erstmal so weit. Weil ich muss auch darauf achten wegen der Größe und der Teil des Videos. Weil die sind jetzt schon um einiges größer und brauchen natürlich auch länger zum hochladen. Naja, solange ich es manchmal brauche, die Zeit habe ich nicht über den Tag. Und ich möchte meinen Laptop auch nicht, wenn ich unterwegs bin, anlassen. Deshalb habe ich auch keine Lust laufen zu lassen und dann etwas passieren könnte. Daher... Ah... Reifte bei euch an? Ja, er greift mich an! War's klar! Da, los! Ich gebe es auch mal aufs Maul! Ich bin Ehe! Löffel 7, ich bin 13. Gib auf! Die Schnecken müssen hier irgendwo sein! Fingchen! Wie bitte? Äh... Möchte es hier auf den Weg... äh... Ziel... Äh... Teil der Vorbereitung muss ich... Äh... Was hängt es mal vom falschen Weg an hier? Ich muss ins Teil der Vorbereitung... Ich muss ganz runter... Ich bin ganz falsch hier oben! Toll! Hier muss ich wieder ganz runterlaufen... Aber na egal! Ich hoffe das geht schnell! Äh... Und ja... Wie gesagt... Ich habe bisher eine Grafik geschraubt... Ich hoffe, sie ist jetzt gut genug... Das ist nicht so wie... Äh... 40p... Pixelgrafik aussieht... Und dass das jetzt auch alles lesbar ist hier... Die Texte... Und die Schrift... Dass ihr das auch lesen könnt... Wäre äh... Schon mal richtig gut, wenn das so ist... Und ja... Schau mal einfach mal... Äh... Ja... Schau mal... Ich hoffe, dass es jetzt so passt... Qualität mäßig... Wenn nicht, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben... Da versuche ich jetzt noch ein bisschen hoch zu schrauben... Aber ich muss schauen, wie in der Dateigröße... Aber ich denke mal, es müsste jetzt einfach so gehen... Da müsste jetzt zwischen 480p und... Und... 24p... Äh... Liegen die Videos... Denke ich mal... Wenn sie... Bearbeitet und gerendert sind... Müssen sie... Die Qualitätsstufe haben ungefähr... Und... Ja... Mehr gibt es auch erstmal nicht... Dazu... Ich wollte es nur erstmal erwähnen... Dass ihr Bescheid wisst... Dass ähm... Qualitätmäßig die Videos jetzt... Besser sind... Für euch... Weiß noch mal die... Quest weiter und zu... Diese... Schneckenlarven... Mal sehen... Dann muss er jetzt hier irgendwo hier sein... Ne... Nicht Duraninchen... Dich brauche ich nicht... Dich habe ich schon... Fissige Schnecke... Der Pfeil ist auch da... Orange... Wo führte er uns hin? Oh... Wo führte er uns hier? Wie lang? Ne... Da nicht hin... Aber wo führte er uns hier? Hallo? Du... Hier ist noch gar nichts mehr... Oder? Leitenden Ends... So... Leitenden Ends... Da lang... Ich glaube ich brauche so ein End... Und... Einfach schon wieder nur mit Laufen... Braucht hier... Gibt es auch nicht... Ist ja schlimm... Aber kann man nichts machen... Und ja... Es kommt auch ein... Äh... Ankündigungsvideo raus... Betreff... Ähm... Lpt... Meiner Online Games... Ich denke mal... Das kommt innerhalb der nächsten Woche... So wie ich schaffe... Muss ich aber schauen wie ich es aufnehmen kann... Aber ich denke mal... Im Laufe der nächsten Woche... Kommt das Video... Hoffe ich mal... Jetzt... Und ja... Ähm... Handy du bist ruhig... Hä? Muss ich jetzt richtig richtig... Ich denke machen... Hier... Bäm... Einschlag... Bäm... Ich verstehe mich jetzt... Ich verstehe mich jetzt... Jungen gerade nicht... Hä? Was denn du? Entdeckten Gift... Entdeckten Gift... Entdeckten Gift... Ah... Da... Ok... Au Kupion... Ist auch ein Leid in der End. So, jetzt. Ging's? Ja. Oh. Ich denke, gefällt das nicht. Die greifen mich an. Da. Das ist ein Linkster. Oh. Die greifen mich da recht ein.